1, 2, 3, jetzt. Ich hab meine Aufnahme längst sein, fucking kalt. Passt schon. Okay, ist auch besser, wenn wir ein bisschen Überschnitt haben. Ja, äh. Ja. So, an der... Ah, da ist sie. 52 Steine. Ich hab erst 42. Mann, mal, du hast schon viel ausgeleuchtet. Ich hab überhaupt nichts ausgeleuchtet. Achso, da sind die Fackeln, die da automatisch stehen. Dann sind das aber ziemlich viele. Nee, also an den Feldern hab ich schon ein, zwei Sachen ausgeleuchtet. Achso, ich mein, in der Mine gerade. Achso, ja, da, ja, dann, da, dann, dann, dann hab ich ausgeregt. Jetzt, äh, äh, sieht der eine besoffene Zuschauer, äh, endlich mal, äh, die scheiß Schlucht, die ich gefunden hab. Wie, übrigens, sie hatten bei unserem einen, äh, Battlefield 3 Video, innerhalb von einem Tag 99 Klicks. Äh, also so wenig Zuschauer haben wir nicht. Oh, okay, 100 besoffene Typen. Yeah. So, das ist das letzte Holz, was ich noch vom Anfang hab. Das hab ich jetzt verbraucht. Okay, also, ähm... Also, ich find jetzt eigentlich, das sieht ganz cool aus. Ja. Alles weiß, 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 weiß. Und ich brauch mehr Stein. Ja, ich hab erst 42 und ich bin grad mitten in einer Mine dran. 42! Oh. Hallo. Lol, ein nicht existierender Kieber. Das hat geleckt. Ist der hochgegangen, oder was? Ja, äh, der war nicht angreifbar und ist dann auf einmal gestorben. Witzig. Der die vier auf nichts reagiert. Petzli, auch gut. Okay. Ah, vielleicht. Oh, ich hör ganz, ganz viele Zombies. Die muss sich alle töten. Wie sind die Dorfbewohner jetzt alle nach da unten gekommen? What the fuck? What the fuck? Was ist denn da grad wie? Was ist? Die als Team hauen uns gerade ab. Echt? Die gehen an und in deine Domomine rein. Okay, jetzt festgehe ich, ich komm gleich mal. Und ich muss erst mal nach der Quillen der Zügebräufe. Oh, komm, jetzt verpiss ich da, die Zügebräufe-Wohner. Das sind aber viele. So. Komm, geht da hoch, alle. Ich hör so viele Zombies. Oh. Na los. Nur noch einer. Nein, doch nicht einer. Noch zwei. Und Raffi, mach dir ne Eisentü. Ja, äh, okay. Ich hab mittlerweile relativ viel Eisen. Hehe. Los, 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 ich brauch kurz sechs Eisen von dir. Ja, na, in der Truse ist was. Nimm. Ich hab hier mir, ich bau mir hier grad unten genug ab. Ich kann mir gleich ne Eisenrüstung bauen. So, das. Boah, und ich hör so viel Lava. Hör, puttel mal nach unten. Oh, ich bin nicht so wie du, Raphael. Oh, jetzt entpiss dich da, du dummerlaufe-Wohner. Ich will die Tür abbauen. Nein, ich will die Tür. Siehst du, hast doch nicht mehr Busser. Verdammt. So, es ist eine Eisentür drin. Das war mein Eisen. Ja, okay, dankeschön. Finde ich nett, dass du mir die schenkst. Ich geh mal davon aus, dass du das Eisen wiederhaben willst. Ich will das Eisen wiederhaben, aber es ist mein Eisen. Ja, ja. Ja, na gut. Oh, ich weiß, was ich noch machen sollte. Den Höhleneingang versperren. Versperren. Versperren, damit die da nicht hin können. Versperren, damit die da nicht hin können. Genau. So oder so ähnlich. So eine Spike-Mod oder sowas. Ja, wäre nicht schlecht, finde ich. Ja, ziemlich unsinnig. Ich könnte mal insgesamt 40 Stacheldraht. Ah, unsinnig. Nein. Wo braucht man das? Das ist Minecraft. Ja, wenn du einen Knast bauen willst. Und dafür hat man auch Gitter. Ja, ich mach dir grad einen Knopf. Das finde ich aber... Mach Holzknöpfe, die sind... Ja, wenn jemand Holz hat, dann kann ich das auch machen. Ich hab Holz, aber ich will meins behalten. Moment. Ja, geh runter bei mir in der Mine. Da ist mehr als genug Holz. Ähm, ja, Holz in der Mine. Achso, Minecraft oder was? Äh. Nee, warte, ich mach jetzt kurz Stein-Teile. Gut. Oh, nee, das ist eine Press-Script-Plate. Egal, die kann man ja drin befestigen. Okay, dann... Ach, Moment, ich kann mich selbst eben verlehrbar machen. Das passt. Ja, gut, jetzt mach ich zwar gerade welche, aber... Oh, ich hab, äh, doch ein bisschen mehr Kabel jetzt. Halt. Du musst die erst offen lassen, damit die Dorfbewohner raus können. Ja, dann... Hilf mir mal, die irgendwie rauszupfen. Pff. Moment, ich mach sie eben auf. Wieso? Jetzt raus da, hier. Wir kaufen nix. Okay, jetzt ist zu. Oh, hier ist noch einer. Och. Ach, und, und? Hör mal auf, wenn ich zum Pusten. Das hörte sich an, als ich würde ein Pfeil geschossen. Ich puste? Finde ich überhaupt nicht. Ja, ich bin gerade in der Miene und da bist du ein bisschen para. Vor allem, wenn du nur... ne doofe Rüstung aus Leder hast. Ich hab gar nicht Rüstung, aber so heul nicht rum. Ähm, ich weiß... Ich glaube, du hast meinen Teil drauf gehoben. So, ist draußen. Ja, okay, äh... Draußen mach ich dir mal einen Knopf. Jo, ich hatte zwei Levers. Die noch? Äh, hier. Liegen vor deiner Tür und gib mir bitte den Stein. Stein, okay, ähm... Hier. Ja, Gott. Ah, hier ist jetzt noch einer drinne. Oh, der tauscht weed gegen... Ähm, und die dann wieder gegen Äpfel. Das ist ja lustig. Die versuchten jetzt. Meine Ausreiten sind komplett putzig. Oh, ich hab einen Wohen gekriegt von dem Konzern. Moment. Cookies. Äh. Läufe Fischen, Emerald, das ist auch lustig. Kohle. Oh, das ist geil. Na komm, na komm, zwei. Hihihihi. Was gibt der wieder für... Oh, das war geil. Ja, da. Ja, da. Ja. Äh. Okay, der Stein ist schon nicht perfekt. Ja, ja, wenn du die mit den Handelst, dann kriegen die bessere Angebote. Und je mehr die dich... Du musst immer das letzte kaufen, dann mögen die dich mehr. Und wenn du die ganz... Wenn dich 30 mögen, dann ist alles ziemlich billig eigentlich. Ja, der Witz ist nicht, dass es teuer oder billig ist, sondern die, äh, könnten mir nichts Nützliches geben. Na, der eine kann verzaubern. Für 3 Euro alt. Ja, ich, äh... Du kannst... Du weißt da was, der viele Sachen hat und musst ihn nicht so komisch machen. Jo. 20 Wolle. Äh, das ist scheiße. Ich bringe nur ein bisschen Stein vorbei. Ja, alles in die Kiste. Jo. Oh. Ah, geil, der ist jetzt, äh... Moment. Ist drin. Egal, ähm... Das war der Typ, der einfach... Oh, okay. Ja. Scheiß drauf. Ich hab jetzt aus, äh... Ein bisschen Kohle, ein bisschen Fleisch dran. Ja. Und jetzt hab ich 3 Emeralde. Oh, ich hab einen. Hey, was hast du denn jetzt Neues zu verkaufen, mein Freund? Ein Emerald für 4 Brot. Das ist ziemlich schlecht. Es gibt eine, gibt dir 8 gebraten. Das hab ich einmal gemacht. Ich hab's gerade zweimal gemacht. Ja, aber der Typ, der, der das Brot verkauft, verkauft, doch 18 Weizen gegen einen Emerald. Jo, den hab ich dir ja gerade auch einmal gehabt. Ja, bei dem hab ich gerade Weizen eingestellt. Das lohnt sich eigentlich voll. Ich meine, wenn du 18 Weizen, äh, 8, machen kannst du, dann ist das voll gut. Was könntest du Bücher gegen... Bücher sind eigentlich zur Zeit viel zu wertvoll dafür. Ja, vor allem, man muss jetzt Leder dafür haben. Ja, das nervt voll. Bald kommen sie noch damit, dass man auch noch Holz braucht, weil die... ein, wenn der früher mit Holz auch noch warnt. Holz ist so eigentlich ganz natürlich. Ja, trotzdem. Das ist ja nicht so, dass es wenig Holz gibt. Nein, das ist nicht. Jetzt sind realmente... Aber ich scheiße, ich habe stata schon... Ich... Ich... Nein, das ist nicht so, dass ich... Nein, das ist nicht richtig borders. Das ist nicht so... Nein, das ist nicht so. I Zig... Initially ist es nicht so, dass ich nyt... ist. ... k k k neue Höhle ist übrigens meine mit noch einer Schlucht direkt bei der ersten das ist das ist